Rätsel 3 Tutorials und Training im Durchgehen Oh, das hatte ich schon, okay Rätsel suchen Sie Nachschriften auf der Karte und lösen Sie sie Schlaf, schlaf mit Tote wecken Okay Ja, hallo Erst der Freund und dann nur ein Bürger Hey, wenn du Spaß suchst, kann ich dir gerne mal die Gedärme raus Ja, lecker Aber nicht heute Ich muss noch eine Mission anledigen Wir müssen eigentlich schon Oh ja Einmal bitte durch Wie ich das weiß Das ist doch Klopf, klopf Pssst, mach wieder mir hotel Léon Sieh mal Eine Karte der Höhlen Das sehe ich mir selbst an Du bleibst hier Merde, Léon Na, das sagt man nicht Friedhöf Na Okay Die Krypte untersuchen Pfff Okay Machen wir Machen wir Hallöchen Halter Sieh Sieh Nee Nee Aber mit der parieren ist heftig okay nehmen wir das auch mal hin das ist ein Zufall wollte ich eigentlich nicht machen, aber naja ist egal ab hier die Krypte kann ich hier durch wenn ich hier durch muss anscheinend kann ich einfach aber das noch mal im Schnelldurchlauf da war im Schnelldurchlauf eben schnell hier durch wirklich komisch nein komm her zack gehen wir wieder nicht nämlich nach unten da wird auf jemand definitiv warten und ich glaube nicht dass das jetzt einfach wird seht ihr das ist ihr dann vielleicht wenn wir auch wir sagen sie wenn Der nennt man mich. Den. Wenn man noch Stress haben will, dann jetzt. Sonst kümmere ich mich weiter darum. Was ist? Bist du jetzt der beste Einbrecher oder nicht? Los, wähl eins. Der Kommandor will, dass wir warten. Will noch jemand warten? Eindeutige Aussage. An diese Tür wollen wir ran. In die Räume schleichen. Naja, wir uns da einschleichen. Wir können es abchecken, aber... Moment. Hier die Geier. Hier die Geier. Hier die Geier. Hier die Geier. Fuckin' roll. Hallo. ich komme nicht raus ich kam da nicht raus aus diesem scheiß loch mann ey ich wollte den anführer haben das ist natürlich kacke verlaufen katsch muss ich ihm extra von hedi geben da ist er muss das ein kopfschuss sein ich komme nicht dran meine lüge Untertitelung des ZDF für funk, 2017